Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, jetzt habt ihr schon wieder länger nichts von mir gehört, was mir auch wirklich leid tut, da ich halt versprochen hatte, dass ich mehr mache und ich kann es leider nicht, so wie ich gerne möchte. Und zwar schlägt meine Krankheit mich zur Zeit wieder dermaßen in den Boden, sodass ich einfach keine Kraft habe, dauerhaft müde bin und mir wirklich alles schwerfällt. Ich wollte das nächste Video erstmal bringen in Sachen Krankheiten, wieso ich im Rollstuhl sitze und wollte euch auch alles erklären, wieso und warum und was ich alles habe, das wird auch noch kommen. Tut mir leid, es wird ein bisschen verzögert kommen, damit ihr auch mal wisst, was ich alles habe. Ich habe zur Zeit ziemliche Schwierigkeiten mit dieser Spastik. Wie ich ja schon mal erwähnt hatte, wollte ich am 28.04. ins Krankenhaus und dort sollte ich untersucht werden, damit dieses Zittern in den Beinen nachlässt oder aufhört. Leider haben die Probleme mit meinen Unterlagen bzw. ich habe eine Blutgerinnungsstörung, Faktor 13 und damit hat die Mainzer Uni, als einzige Uni, ziemlich große Probleme, sodass mein Termin für diese Baclofenpumpe, Baclofen heißt, diese Spastiktabletten sollen wirken, damit die Beine ruhig gestellt werden. So und ich bin schon an der Höchstdosis, was halt sehr viele Nebenwirkungen hat, mit übertriebene Möglichkeit, dann, ja, ich komme nicht mal richtig auf den Punkt. Ich weiß nicht mehr großartig, was vorne und hinten ist, weil ich einfach so zerdeppert bin. Und drittens, eigentlich auch tierische Depression oder was noch dazu kommt, dass ihr irgendwann, ja, Sachen siehst, die da ganz sind. Also das ist zum Glück nicht der Fall, aber dafür die anderen Sachen. So, und darum sollte ich dann diese Baclofenpumpe erhalten, was aber durch diesen Faktor 13 Mangel jetzt leider nicht passiert, da die Mainzer Uni da Angst hat, dass ich wieder in die Wirbelsäule einklute, denn dort wird nämlich diese Baclofenpumpe eingebaut, da kommt ein Stich in die Wirbelsäule, in den Wirbelsäulenkanal und mit so einer kleinen Pumpe, so ungefähr, so groß, wenn ihr mit dem Daumen, dem Finger einen Ring macht, so groß ungefähr ist das Teil, auch so dick. Das kommt dann unter die Haut, entweder unter die Bauchdecke oder am Rücken, dort habe ich ja auch schon einen Nervenstimulator, das werde ich euch auch nochmal erklären. Tja, auf jeden Fall haben sie da Angst und machen da ein Riesentherz. Erst hieß es 28.4., dann 9.5., und jetzt 14.6. Leute, ich kann nicht mehr. Also ich kann nicht nur lächeln und machen und tun, hüpfen wie ein Känguru. Ich kann auch ein bisschen am Brunnen zerschlagen sein, so wie jetzt. Deswegen kommt halt, tut mir das leid, wirklich etwas weniger. Aber ich habe mir sogar überlegt, nicht so lange Videos zu machen, sondern halt solche Kurzvideos, so keine 5 Minuten. Da gibt es auch welche oder könnte ich auf jeden Fall machen, um mal immer wieder mal von mir zu berichten, wie es da mal ausschaut. Auch wenn ich mal den X in Reha sein sollte, werde ich immer wieder mal so Sprünge geben. Vielleicht ist das auch momentan die bequemere Variante für mich. Aber auf jeden Fall wollte ich mich entschuldigen und euch einfach informieren, wie es momentan ausschaut. Es wird auf jeden Fall was kommen und dieses eine Video mit den ganzen Krankheiten, ich bin schon dran. Es dauert halt leider nur länger. Auf jeden Fall, ich werde es besser geben, um wieder fit zu werden. Ich lasse mir was einfallen. Ach ja, und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder was loswerden wollt, schreibt es in die Kommentare. Vergesst das Abo nicht, die Glocke zu aktivieren. Ganz wichtig, ne? Ja, und wie gesagt, ihr werdet auf jeden Fall von mir wieder hören. Leider nicht bis zu zweimal die Woche. Vielleicht auch nicht so ganz einmal die Woche. Aber ich werde mein Bestes geben.